Hallöchen! Kommt herein! Hallo zusammen! Obwohl Dabu von Grisky hier. Wir heißen euch herzlich willkommen in Karlsburg, unserer Heimatstadt. Heute spielen wir das Abschlusskonzert unserer How to Fuck Up 6 Lives at Once Tour im ausverkauften Substage-Café. Yay! Vorher allerdings wollen wir euch noch ein bisschen unsere Stadt zeigen. Wir sind hier mitten in der Stadt. Wir gehen rüber auf den Europaplatz, wir gehen zum Schloss, wir zeigen euch ein bisschen die Innenstadt und sehen, was wir erleben. Ja, Markt haben wir auch. Hier sind wir in der Fußgängerzone von Karlsruhe. Hier lässt man seine wohlverdienten Euronen. Und wir gehen jetzt mal noch weiter zum Bundesverfassungsgericht und zum wunderschönen Schloss. Hier ist die Kunsthalle, hier gibt's Kunst. Wir stehen jetzt am Bundesverfassungsgericht und jetzt gehen wir Richtung Schloss. Ja, jetzt ist Schluss. Der Domme ist noch seinen Keks fertig und dann düsen wir zum Proberaum. Jetzt sind wir in unserem Proberaum. Hier probt man kaum. Sock doch einfach mal mit. Hi. Hallo. Hier sind wir jetzt in unserer Bärenhöhle. Hier wird's noch unser Zeug stehen. Das laden wir gleich ein und dann geht's zur Location. That's the last day of meid! Party now. So, wir sind jetzt fertig mit dem Soundcheck, mit dem Aufbau. Wir gehen jetzt ein bisschen hintere, noch kurz stärken und dann wollen wir hier Karlsruhe Substation. Ohohoho! Servus, ich mache mir jetzt fertig. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. We live our lives the way we like and nobody gets hurt. Daddy Daddy Dudes Dudes, Daddy Daddy Dudes are... Daddy-Daddy Dutz Gutes Daddy-Daddy Dutz Who am I gesẫnen? Daddy-Daddy Dutz Gutes Daddy-Daddy Dutz Who am I? Daddy-Daddy Dutz Gutes Daddy-Daddy Dutz Who are I? mediator jaim Der Abend war geil. Die Nacht wird noch besser.